Ich habe es gesagt, es ist ein Song, der ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft, sehr wichtig für die Zukunft, zumindest, ich weiß nicht, ob es ein Song ist, aber die Thematik ist sehr wichtig. Es geht um die Pressefreiheit, um die Meinungsfreiheit im Internet, was ganz entscheidend ist, dass wir als Bürger, als Weltenbürger, den Herrschaften, die die Fäden ziehen, ein bisschen auf die Fingern schauen können und wir möchten alles daran setzen, dass diese Freiheit erhalten wird und der Mr. Julien Assange hat Wikileaks gegründet und damit sich selbst in Lebensgefahr begeben, denn natürlich ist es dem Machthaber nicht recht, was da alles aufgedeckt wird. Ja, und wir möchten auf diesem Weg aufrufen, auch die Petitionen, die zahlreichen, die jetzt gerade am Laufen sind, zu unterschreiben für Wikileaks. Es gibt eine Organisation, die heißt AVAZ, also A-V-A-A-Z.org, da kann man sie einschreiben, kann das schaffen, die haben die Woche, das Ziel, eine Million Unterschriften zu sammeln für Wikileaks. Wir hoffen mit diesem Song auch damit beizutragen und wie gesagt, er ist heute Nacht entstanden, er ist heute Nachmittag wieder bei uns geprüft worden mit dieser fantastischen Band und er wird jetzt live recordet und steht hoffentlich morgen auf YouTube und das dank dem Rainer Reichl von Reichl & Partner. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diese Inspiration und für die technische Abwicklung, die er übernimmt mit seiner Werbeagentur und das ist eine sehr einflussreiche und ich hoffe, wir bringen den Song jetzt so rüber. Ja, zu Mr. Assange, Merry Christmas and keep on fighting. Ja, zu Mr. Assange, Merry Christmas and keep on fighting. Everyone got to know what's going on. Everyone can decide what's right or wrong. Come on, sign up for the League of Freedom. Everyone has the right to understand. Everyone wants the knowledge in his head. So come on, stand up and fight for the League of Freedom. We're gonna watch how you rule us never again. You will fool us, we're not blind, cause we're not there, we're not dumb, cause we know what you're doing. No longer be a sacrifice, right now we got a real strong device. Assange, we can, we can, we can, we can seek it. The truth. Everyone got to know what's going on. Everyone can decide what's right or wrong. Come on, sign up for the League of Freedom. Everyone has the right to understand. Everyone holds the knowledge in his head. So come on, stand up and fight for the League of Freedom. From now on, you've got to be honest, be aware that you're on the watch list. We take care, we're prepared, we will share all your dispatches. No longer play your gambling threat. He found out on the internet. Assange, we can, we can, we can, we can make it true. Everyone's got the right to be informed. So the world's got the chance to be transformed. Come on, sign up for the League of Freedom. Yeah. Everyone has to know what's going on. Everyone can decide what's right or wrong. Come on, stand up and fight for the League of Freedom. Yeah. Come on. Assange, Assange. We fight for the League of Freedom. Yeah, one more time. Assange, Assange. Come on, stand up and fight for the League of Freedom. Everybody, everybody. Assange, 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 we fight for the League of Freedom. For the League of Freedom, yeah. Assange, Assange, come on, stand up and fight for the League of Freedom. Yeah. Yeah. Yeah, what a band. Yeah, man. Yeah, man. Yeah. 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 Yeah.